Willkommen liebe Leute zurück zu GTA 5 auf der Playstation 4, wir zocken jetzt mal weiter und machen wir uns jetzt mit unserem neuen geilen Rucksack auf zu dem, ach wie hießen das, Live Invader oder? Gehen wir uns zu den Live Invader? Ich glaube schon, zu diesen Hipster Boys So lassen wir uns mal durch, kurz mal ein bisschen die Musik hier ändern, was soll das? Yeah, yeah, yeah Also, Leute, boah, shit Boah, shit Aber ich finde es richtig geil, weil die haben ja auch jetzt nochmal auf den Next Gen Version und so weiter haben die jetzt nochmal das Schadensmodell verbessert Wenn der Aufprall passiert, wie schön das ist, dass man so diese kleinen einzelnen Bruchstücke, sag ich mal, sieht oder diese Partikel, oder hast du nicht gesehen, wie man das nennen will Das finde ich sehr, sehr nice gemacht Ich hau mal jetzt hier einfach gegen Okay, das war jetzt nicht doll genug, aber ich mach mal jetzt Naja, auch nicht doll genug Ja, super, wenn ich es zeigen will, dann schaffe ich es natürlich nicht Jetzt häng ich fest Dieser U-Turn Boah, Junge Was geht denn ab? Ich muss es mal einmal zeigen jetzt hier im Moment Da, jetzt haben wir uns ein bisschen gesehen Aber unser Wagen ist gleich im Arsch Ja, ähm Wir machen jetzt erstmal weiter, Leute Und ich sag's, so wie es ist immer noch Steht es nicht fest, dass wir das durchzogen Und ich hab das schon mal angesprochen Und anscheinend geht es bei den einen rein ins Ohr und direkt wieder raus Genauso wie fragen, ey, äh Was ist mit dem Online-Modus, ey, kannst du mal Ego-Perspektive machen Leute, es wäre super, wenn ihr mir zuhören würdet auch, wenn ich das anspreche Wie mit der Ego-Perspektive Dass ich das nicht immer machen werde Weil ich da nicht immer Bock drauf habe Und, ähm Ja, und mit dem Let's Play Ob wir das weiterführen und so weiter Wie gesagt, steht immer noch nicht fest Das, was wir bisher gezockt haben, ist ja nicht weit Für den GTA ist es nicht weit Im Call of Duty hätten wir jetzt schon zur Hälfte durch Dann könnte man auf jeden Fall den Rest durchzocken Ah, und GTA Wie lange, oh, Moment mal Okay, so, Leute, alles klar Machen wir weiter, ich wurde kurz, äh, unterbrochen Meine Dreckskarre ist aktuell im TÜV Und, ja, egal, warte Ich habe dieses Interview mit dieser Tech-Fraktion Ich denke, ich brauche etwas, ich weiß nicht, Geeky, youthful Du hast dein Job verloren und die Welt hat sich weitergezogen, hm? Das ist zu schlecht Alles klar, eine Weste und Cargo-Shorts Ja, da ist er richtig begeistert Nehmen wir das Dankeschön Ja, ist besser für dich Wie er direkt Schiss hat und wegrennt Eigentlich wäre es Ja, komm Das passt doch besser Wir sind umweltbewusst So, nehmen wir mal den Smart-Verschnitt hier Oh, das ist klar, woa, 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 woa So, wir müssen natürlich auch mit dem entsprechenden Auto ankommen Ist ja klar, sollst du denken, wir sind ein mieser Bonze insgeheim Und das geht ja natürlich nicht Hey, hey, hey Oh, great Ah, PM's pushing for more functionality Ha, 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 ha But we are maxed Ja, ich denke so Ja, ich denke so Ah, IT-Temp, richtig? Ja Ja, du weißt, du musst machen was für mich Ah, du musst es in eine Ticket Ah, nein Ich würde das hier aus der Datenbasse, wenn du weißt, was ich will Ja, das ist klar Ja, ich würde das hier aus der Datenbasse Oh, mein Gott Oh, mein Gott Oh, mein Gott Oh, mein Gott Fuck, nasty girls. So. Nein, da stehen wir nicht so drauf. Meine Glitch-Fixing wird heute sehr unten sein. Okay, wir haben ein paar Raum. Ich versuche diesen Antivirus. Schrauben. Ich muss ein Produkt schreiben, Broheim. Ich fühle mich ein bisschen. Siehst du, ich habe das Handeln auf mir. Und das sollte es tun. Aber, warum nicht du versuchen, die Dinge sicherlich für Arbeit zu machen? Hey, hast du gesehen das Prototypen in der Demo-Rüme? Als Norris den Anbieter anbiett? Mines werden sie blöden. Ja, sie sind. Ich bin ganz einfach so ein paar Dämpfe. Du solltest dich jubeln. Du solltest dich nicht aufhören, wie du siehst. Wie geht es nicht? Du solltest dich nicht aufhören. Oh, schön. Auf jeden Fall man, der Typ ist krank Oh mein Gott, ich finde es so geil wie Rockstar immer mit diesen Klischees spielt. Die haben das so doof einfach. Näh! Näh, Alter. Was? Echt jetzt? Das geht zu weit! Das geht einfach zu weit. Und wap! Suck! Hey, Michael. Hold on, hold on. Domed! Ich domed ya! Lester, das Ding ist in der Prototypen. Ich gehe nach Hause und schaue die Keynote. T-Bag Zeit, mein Freund! Lester, hörst du mich? Du spielst das Spiel? Ja, ja, sorry. Der Telefon ist reinget. Was ist dein Problem? Du möchtest? Sie sind alle gleiche. Besides, ich weiß, ich bin ein Film. Oicie spendierschere Bины. Klassik Vinewood ist 30 Jahre hin. Jetzt sinds es einfach superheros, romantik. und Remakes. None mich interessieren. Tressingverläutes! Jetzt habe ich mir an. Ich glaube, dass dieses Land inwieglierer la~~~ gib sein систем. Vers Check nach der Erklärung undholfen Linke. Ich helfe, ja, dass du späin uncomfortable ist, fer양AREGER, von der Tiege Tanke haben eine nutztend wurde. Okie dokie. I've never seen someone set fire to the crash before, fan-taste. The most racist guy in America. Ladies and gentlemen, please welcome Mr. Jay Norris to the stage. Hey. This company has come a long way since we started it in my parents' pool house in East Careway. Today, you're about to witness a new phase. Full-on, weapons-grade, red alert, world domination. We have put a billion people's private data in the public domain and we have milked every penny we could in the process. And we have one of the youngest workforces in the world. An average age of only 14.4 years? That's not just impressive, it's revolutionary! Today, right here, we're about to make the next step. Prepare to witness the future. The Life Invader mobile device. Yes, we've invented something no one else has ever thought of. A small, personal, computerized device. Now you're going to be able to stay docked 24-7. On the bus, you can dock. On the subway, stay docked. You can be docked at home and at the same time, you're docking with some kids at the public pool. We went to the guys at Fruit Computers and we told them we wanted to make our hardware as compatible as possible. But you know what? They're not interested in sharing their technology. So we went and made it compatible anyway. Now you can dock your Life Invader to an iFood phone or any other device. And it'll take all the data off it and reformat it into Life Invader friendly information. Oh, hold on a second. I think someone's trying to dock with me. Hello? Oh! Ah! Oh, Jesus! Whoa! No, 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 no! Don't film it! Whoa! Whoa! carved sound I didn't... Oh, man, that was a Lucius. Ooh. That was not tanta... You were watching the news? Ich muss nicht. Ich schaue die Marken. Ich schaue pure Alpha bis Ende. Okay. Hey, was das andere Ding? Du kennst die Score? Oh, ja, ja, absolut. Wir machen es. Putz auf eine Stücke, seh ein bisschen professionell, und treffen mich an meine Warehouse auf der L.S. Freeway. Oh, und ich schaue dir einen Link für die Exchange. Du kannst in ein paar Trades von deinem eigenen. Ich versuche, zu bleiben auf der Tag der Trades. Vielleicht werde ich mal schauen. Okay.